Ich bin ein Munafik, nicht nur weil ich es von mir denke, sondern ich erfülle auch viele Eigenschaften der Munafikun. Zum Beispiel bete ich bei Isha und Fajjah nur die Pflichten und es fällt mir schwer und ich bin nicht vertrauenswürdig und ich rede viel und tue wenig. Was kann ich tun, um diesen Nefak zu entfernen oder mindestens zu verringern? Also erstens, dass man nicht so sagen darf, dass ich ein Munafik bin. Ich kann dir sagen, dass du sagst, ich mache nicht so viele Taten. So darf man sagen, aber dass jeder, dass einer für sich selber sagt, dass ein Munafik ist, ist das anders, weil Alamatul Nefaq sind drei. Wenn du diese drei Sachen hast, dann kannst du laut sagen, dass du ein Munafik bist, solange du diese Sachen machst. Es gibt drei Zeichen von einem Heuchler. Einer ist, wenn er redet, er lückt und wenn er mit jemandem verabredet ist, er kommt nicht. Das heißt, wenn er von einem Bruder etwas bekommt oder bekommen hat und sagt ihm, die Bruder, das kann ich bei dir lassen und irgendwann komme ich wieder zurück und dann sagst du, du hast mir nicht gegeben. Es sind drei Zeichen der Heuchlerei. Es gibt noch eine extra in Bukhari. Wenn du mit jemandem streitest, dann sagst du nur schlechte Wörter, das heißt Schimpfungen und so weiter und so fort. Und Arsaslam sagt diese drei und extra auch diese eine, das heißt in diesem Fall sind vier. Und sagst du, du bist ein Munafik, also solange du diese vier Eigenschaften hast, bist du das lässt. Dann kannst du sagen, dass du nicht Munafik bist. Aber dass man nicht diese freiwilligen Gebete zum Beispiel nach Pflichten gebeten macht oder vor Pflichten gebeten macht und sagst du, dass du Munafik bist, dann in diesem Fall nein. Weil hier ist eine Lücke auch von Aschaitan. Weißt du, dass Aschaitan sagt, ja doch, du bist ein Munafik, ein richtiger Munafik. Und irgendwann, du wirst auch ein Munafik sein. Und Al-Munafikun, jechtarilu und an der Arbeit mit Aschaitan. Aber dass du dich motivierst, dass du viel Taten machst und sag nicht, dass du ein Munafik bist. Al-Nefaqo ist was anderes. Aber ich habe dir schon gesagt, wenn du diese vier Eigenschaften hast, dann kannst du das sagen. Aber nicht, dass du einfach so bleibst. Du musst das wissen, damit du das nicht mehr machst und dich auch selber motivierst. Allahu alam.